Jetzt Information mit Martin Balder. Es ist 6 Uhr. Freitag, der 28. Februar. Guten Morgen. Die Themen heute. Der Konflikt zwischen der Türkei und Syrien verschärft sich gefährlich. Die Bundesregierung erlässt einheitliche Regeln für den Umgang mit Coronavirus-Verdachtsfällen. Der Republik droht nach dem Verkauf der Bundeswohnungen eine Schadenersatzklage. Aber zunächst zu den Wetteraussichten mit Irrschen. Es ist jetzt 12.30 Uhr, halb 1, Radio Bögel und aktuell mit Günter Wels. Die Bundesregierung startet eine umfassende Informationskampagne rund um das Coronavirus. Die Landeshauptmann-Stellvertreterin präsentiert ihr Programm. Und das Wetter zeitweise sonnig, aber durchaus stürmisch. Radio Burgenland aktuell. Gesundheitsminister Rudolf Anschober von den Grünen und ÖVP-Innenminister Karl Nehammer haben heute Vormittag eine Coronavirus-Informationskampagne. Die Zeit für aktuelle Informationen. Es ist 12.30 Minuten. Willkommen zum Radio Kärnten Mittagsjournal. Das sind unsere Themen. Prozess und Bestechung beim Seenankauf. Harald Dobernig bestreitet, bei der Geldübergabe dabei gewesen zu sein. Fix ist nun der Start der AHS-Unterstufe in Hermagor. Es gibt genügend Schüleranmeldungen. Misstöne um den karintischen Sommer. Ossiach kritisiert eine schleichende Verlegung nach Villach. Und zweigeteilt wird das Wetter am Wochenende. Morgen noch Sonne, am Sonntag Regen und Schnee. 132 Gemeinden, 10 Bezirke, ein Bundesland. Das Radio Kärnten Mittagsjournal. Mit Birgit Rumpf-Pukesheim. An einem Beitrag über den Prozess zum Seenankauf wird noch gearbeitet. Wir blicken deshalb zuerst nach Gey. Ist geilt, dann nach Hermagor. Mit Radio Niederösterreich. Am besten informiert. Niederösterreich-Journal. Noch heute will die Regierung Verordnungen zum Coronavirus veröffentlichen, die für alle Bundesländer gelten. In Niederösterreich ist bisher jeder der 190 Tests auf das Coronavirus negativ gewesen. Heute wird das Wetter sehr windig und wechselhaft. Im Journalstudio begrüßt Sie Manuela Martl. Ein einheitliches Vorgehen gegen das Coronavirus in allen Bundesländern. Das ist gestern nach der Sitzung mit den Landeshauptleuten in Wien angekündigt worden. Mein Land, mein Radio. Radio Oberösterreich, Journal. Allgemein der Überblick 280 Einsätze durch Sturmtief in Oberösterreich. Weitere Koordinierungsmaßnahmen zum Coronavirus. Das Wetter im Land lockert am Nachmittag langsam auf im Studio Gernot Ecker. Schon wieder hat eine Sturmnacht Oberösterreich in Atem gehalten. Tief Bianca hat für Dutzende umgestürzte Bäume und Stromausfälle gesorgt. Stefan Schnabel fasst zusammen. Radio Salzburg, Journal. 30 Millionen Euro an Wohnbauförderung übrig geblieben. Petition für Kulturverein Mark. Das Wetter am Nachmittag meist trocken und weniger windig. 12.30 Uhr zum Mittagsjournal von Radio Salzburg begrüßt Sie Christine Hackenbuchner. Nach der Verschiebung des Europapokalspiel Salzburg gegen Eintracht Frankfurt. Radio Steiermark, Journal. Es ist 12.30 Uhr. Österreich soll einheitlich gegen das Coronavirus vorgehen. Die Pläne der Ripp in der Steiermark. In knapp drei Wochen wählen die Steierer ihre Gemeinderäte. In unserer Serie machen wir einen Blick auf den Bezirk Lietzen. Das Wetter heute windig im Süden, sonnig im Norden. Wechselhaft am Mikrofon Fanny Sedlnitzki. Weltweit breitet sich das Coronavirus weiter. Mit Radio Tirol besser informiert. Seit heute gibt es wieder Milch in Mehrwegflaschen. 36 Millionen Euro fließen in die Verbesserung des Stromnetzes in Osttirol. Das Wetter, es wird zunehmend sonnig. Die Mittagsinformation mit Helena Fröhlich. Seit heute finden sich in vielen Tiroler Supermärkten wieder Mehrwegflaschen. Es ist 12.30 Uhr und das sind jetzt die Schlagzeilen mit Bettina Prendergast. Es gibt mittlerweile so wenige Religionslehrer im Land, dass das Fach in einzelnen Klassen gar nicht mehr unterrichtet werden kann. Der Pyramidenspiel-Anbieter Cashback World sponsort Handball-Rekordmeister Bregenz. Der Klub will seine Verbindung zu ihm nun prüfen. Die Radio Vorarlberg. Mittagsnachrichten. Es gibt zu wenig Pflichtschullehrerinnen und Lehrer im Land. Das ist bekannt. Schönen Freitagmittag. Es ist genau 12 Uhr im Nachrichtenstudio. Für Sie ist Thomas Metelko. Schönen Mittag. Die beste Information der Stadt. ORF Radio Wien. Das Stadtjournal. Corona-Notfallplan für Wien präsentiert. Ärztefunkdienst kommt ins Haus. 16-Jährige mit Messer in Floretsdorf lebensgefährlich verletzt. Verdächtiger leugnet die Tat. Das Wiener Wetter ist wechselhaft und windig. Einen Corona-Notfallplan für Wien haben am Vormittag die Ärztekammer und die Stadt Wien präsentiert. Ura je 12. Slovenski Spored ORF. Radio Slovenia. Prvi program. Poročila. V Italiji se koronavirus širi proti jugodržave. Willkommen zum Journal um 5. Das sind die Themen. Englisch wird ein Pflichtfach an den Volksschulen. Weiter ringen um das neue EU-Budget. Und ein Wiener Polizeischüler soll eine Kollegin vergewaltigt haben. Im Journalstudio ist Anseln Peer. Die 13- und 14-jährigen Schüler. Unabhängig und unaufgeregt. Verlässlich und das rund um die Uhr. Die ORF-Redaktionen, unsere Ü3-Reporter in ganz Österreich und unsere Korrespondenten berichten Fakten. Durch unsere langjährige Partnerschaft mit vielen Experten können wir Ihnen schnell und kompetent antworten und Service liefern. Denn das ist unser Auftrag. Hier ist Ü3, Österreichs Informationsradio. Es ist 13 Uhr. Eine Virologin in Innsbruck kritisiert die Vorgaben der WHO zur Ausrottung des Coronavirus. Und die abgesagte Herrenkombination wird in Hinterstoder nachgeholt. Am Mikrofon Martina Grossfurtner. Ö3 Nachrichten. Wetter und Verkehr. Um Punkt am Punkt. Die Weltgesundheitsorganisation setzt im Kampf gegen das Coronavirus nach wie vor auf Ausrottung. Truth hurts. Ain't that the truth? FM4. It's one o'clock. Time for the latest news headlines. NATO calls for a de-escalation in tensions in Syria's Idlib province. And the Austrian government launches a coronavirus information campaign. Here's John Cummins with the FM4 News. NATO Secretary General Jens Stoltenberg has called for an urgent de-escalation in Syria.